Der Blutdruck ist nie statisch. Genauso wenig wie das Leben statisch verläuft. Ob körperliche Kraft oder psychische Erregung, beides erfordert Energie. Der Blutdruck reagiert darauf dynamisch. Allein schafft das Herz das nicht. Nervengeflechte in den Gefäßen und bestimmte Hormone regulieren sehr fein abgestimmt die Gefäßweite und somit den Blutdruck. Was passiert im Körper, wenn der Blutdruck entgleist? Dazu muss man wissen, wie der Blutdruck unter normalen Umständen funktioniert. Tatsächlich verfügt der Organismus gleich über mehrere regulative Systeme. Die sorgen dafür, dass der Druck in den Arterien bei körperlicher Aktivität, seelischem Stress oder in Ruhe gleichbleibend für eine gute Durchblutung der Organe sorgt. Wissenschaftler nennen es die Autoregulation. Sie beginnt bereits in dem Augenblick, wenn die Blutwelle das Herz verlässt. Die Aorta nimmt den Blutschwall auf und reagiert sofort mit einem Gegendruck. Dafür verantwortlich sind Nervenzellen, die sowohl in der Aorta als auch in den Arterien des Brustraums und der Halsschlagader sitzen. Es sind Drucksinneskörperchen, auch Barorezeptoren genannt. Ununterbrochen registrieren sie den Druck des Blutes auf die Gefäßwand und melden die Informationen dem zentralen Nervensystem. Die Antwort kommt prompt. Die Arterien ziehen sich zusammen oder erweitern sich nach Bedarf. Somit ist ein gleichmäßiger Blutstrom gewährleistet. Wenn man sich die Blutdruckwerte ansieht, dann kann man nicht sicher sagen, welche Ursache der Blutdruck im Einzelfall hat. Man kann nur sagen, hohe obere Blutdruckwerte, systolische Blutdruckwerte sprechen für einen Elastizitätsverlust des Gefäßsystems. Und das ist natürlich bei den alten Patienten viel häufiger. Erhöhte untere Blutdruckwerte findet man häufig bei Nierenerkrankungen beispielsweise. Und dann entsteht die Frage, ist denn eine lange dauernde psychische Belastung, ist denn enormer Stress, ist das die Ursache für einen hohen Blutdruck? Nicht eigentlich Ursache des hohen Blutdrucks, aber es verstärkt den hohen Blutdruck und es führt eben dazu, das ist eine interessante Sache, viele Hypertoniker haben eine innere Anspannung, die ganz, zum Beispiel im Wartezimmer, die nicht warten können, das sind in der Regel Hypertoniker. Doch wann spricht man von einem Bluthochdruck? Wann ist er behandlungsbedürftig? Bezogen auf die Messungen in der Praxis gilt, optimal liegt der Durchschnittswert bei 120 zu 80 Millimeter Hg. Ein normaler Blutdruck schwankt um 130 zu 80. Bei 140 zu 90 ist es schon ein leichter Hochdruck Grad 1. Ein mittelschwerer Bluthochdruck liegt bei 160 zu 100, Gefahrenstufe 2. Ein schwerer Bluthochdruck beginnt ab 180 zu 110, also Gefahrenstufe 3. Werte über 220 zu 120 sind eine echte Gefahr für Leib und Leben. Wenn es nur manchmal zu solchen Hochdruckspitzen kommt, kann noch nicht sehr viel passieren. Ein Notfall ist dann gegeben, wenn tatsächlich Beschwerden auftreten im Zusammenhang mit einem hohen Blutdruck, sprich starker Schwindel, Sehstörungen, starke Kopfschmerzen, Herzbeschwerden, Luftnot. Dann ist eine ärztliche Intervention erforderlich. Ob nun systolischer oder diastolischer Bluthochdruck, die Durchblutung der Organe wird nicht besser, sondern schlechter. Die Konsequenz? An Herzmuskelschwäche, Rhythmusstörungen oder Herzinfarkt erkranken jedes Jahr über 300.000 Menschen. Rund 40.000 sterben daran. Ein dauerhaft hoher Blutdruck führt zu Nierenversagen. Nur eine Dialyse oder ein Spenderorgan retten den Patienten. Auch die Sehkraft geht verloren. Der Hochdruck schädigt die feinen Gefäße der Netzhaut. Erblindung droht. Langfristig lässt die mangelnde Durchblutung sogar Hirnzellen absterben. Die Folge? Demenz. Akut jedoch besteht Schlaganfallgefahr. Jährlich trifft es rund 250.000 Menschen. Jeder fünfte stirbt daran. Es ist letztendlich nicht entscheidend, ob genetische Faktoren, ein riskanter Lebensstil oder organische Störungen den Bluthochdruck auslösen. Tatsache ist, Bluthochdruck ist ein Signal des Körpers, das beachtet und untersucht werden muss. Ein unbehandelter Bluthochdruck vermindert Mobilität und Lebensfreude.